Herzlich willkommen bei Jalim und Janeths Welt. Wir wollen heute unseren kleinen Hase vorstellen, wie er heißt. Er hat heute ein neues Käfig bekommen, weil der andere Käfig kaputt war. Und er ist ein richtig süßer und es ist ein kleiner Junge und ein Baby. Und er ist so süß. Hier ist sein Futter. Und er heißt Flauschi und Hasi. Er hat zwei Namen. Kuschel. Und er ist, das ist eigentlich ein ruhiger Hase. Der lässt sich auch sehr streicheln und er ist ziemlich ängstlich, wenn man ihm Angst macht. Dann hüpft er immer hinter die Heizung und so. Und ja, da ist sein Heu, sein Trinken. Der ist ganz süß. Und wir haben ihn als kleine Überraschung geholt. Ich tue ihn mal rein, dann könnt ihr auch das Käfig sehen. Hier ist sein ganzes Futter, die Karotten. Und er putzt sich immer. Und so, hier ist sein Trinken. Und er ist gerade treu. Was ist denn heute? Was mögen das? Und der lebt hier im Zimmer. Und vorher war der noch im Balkon. Dann haben wir ein neues Käfig geholt, da der andere kaputt war. Der ist so, die Angeknappert an Eis. Und er zappelt meistens, wenn man ihn trägt. Davon kriegt man dann Kratzer. Und er macht sich viele Kratzer. Und wir kriegen bald noch ein. Und er putzt sich immer an den Ohren. Das finde ich echt süß. Und so, und so putzt er sich manchmal. Oh, ich möchte jetzt da reingehen. Und es ist ein ganz kleines Baby. Und wir kriegen bald so ein Mädchen. Vielleicht aber. Meistens, wir kriegen dann mehr, aber verkaufen dann die Kinder. Ich tue ihn mal wieder raus. Weil sonst wird es für euch ein bisschen langweilig, wenn ihr euch jetzt putzen seht. Wir müssen jetzt halt aufpassen, dass er nicht hinter die Haltung geht. Und ja. Und wenn die Kabel. Chill. Mach dann lieber in die Mitte. Mach dann hier ab. Er mag kuschelig zu sein. Und seine Ohren sind meistens immer so warm. Und vor allem hier oben. Schreibt uns doch in die Kommentare, ob ihr auch so einen kleinen Hase habt. Ganz süß. Ich muss ihn jetzt halten, weil sonst geht er wieder hinter die Heizung. Das ist blöd. Oh nein, nein, nein. Ihr seht, der zappelt. Ja. Wenn der immer so losgelassen wird. Manchmal ist der frech, dieser, sein kleines Bobbel. Bobbel, 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 Bobbel. Der ist so süß. Hier seht ihr ihn nochmal von ganz nah an. Der schnuppert immer mit seiner Nase. Und ja. Das war's mit dem Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von dem Hase. Oder wenn ihr wollt, dass wir so Challenge machen und so. Dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ähm. Ja. Und wenn ihr auch so einen kleinen Hase habt. Dann könnt ihr das uns gerne in die Kommentare hinschreiben. Jetzt wälzt er sich da ein bisschen. Und ähm. Ja. Der legt sich immer so hin. Jetzt ist der müde. Ja. Und wenn... Einen Daumen hoch. Glocke aktivieren. Und... Vergiss. Ähm. Wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr irgendwas unten hinschreiben. Und... Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.